willkommen zu einem dankeschön video und dankeschön gibt es mal an den peter schäfer oder klaus peter schäfer er hat mich auf youtube auf facebook angeschrieben findet wohl meine videos ganz gut so mit messervorstellungen und so weiter und er hatte mir in den videos in den facebook nachrichten gesagt würde mir gerne was zukommen lassen und hat in einem der videos gesehen wie ich einen brief hochgehalten habe oder ja ein päckchen oder so was wo meine adresse draufsteht ich gehe da nicht so sorgfältig mit unten ist das eigentlich ziemlich egal mir kann nicht wirklich viel passiert und er hat mir das wirklich geschickt und zwar das mal zu halten hat eine karte seine visitenkarte laminiert und da ist das drin was er mir geschenkt hat das ist eine victorinox anstecknadel und da sage ich erst mal vielen dank klaus peter ja die kriegt natürlich einen ehrenplatz und hat mir auch ein foto von sich mitgeschickt weil man auf facebook sein seine bilder nicht so gut sehen kann das ist der sensenmann der mann mit der mit der motorsäge ja erst mal noch mal vielen dank klaus peter für das für diese wirklich schöne anstecknadel und er schreibt in den brief hallo arthur vielen dank für die schönen videos die du immer wieder für uns natur und messerfreunde drehst wie versprochen die victorinox nadel dennis von fuga forest films bekommt auch so eine dennis hast du glück ich wünsche dir in deiner frau schöne feiertage und für das neue jahr 2015 alles gute liebe grüße cp kriegt ihr mal ein foto von mir bei bei facebook kann man nicht schlecht erkennen ja jetzt erkenne ich dich ich freue mich sehr über solche post und vor allen dingen aber so wirklich tolle geschenke vor allen dingen zur weihnachtszeit richten ehrenplatz bei mir ich habe ja jetzt ein paar setzkästen gekauft oder nicht setzkästen sondern so eine art sammler vitrine wo man seine messer reintun kann vitrine zu machen zum aufhängen nicht so wie man die kennt solche stand vitrine sondern die hängt man an der wand auf und da kommt das in einer der vitrinen rein weil ich habe nicht wirklich etwas wo ich anstecknadel anziehen könnte ich bin kein anzug träger und das war es schon kleines dankeschön video sowas freut mich immer sehr so danke fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video